Du bist vollkommen entspannt. Dein Atem ist ruhig. Du bist eins mit dem Universum. Dein Sonnengeflecht ist wohlig warm. Es ist okay, dass du deinem Mann Thorsten die Bremsleitungen an seinem Motorrad manipuliert hast. Die Polizei wird dich nicht kriegen. Alle glauben, es war ein Unfall. Die Lebensversicherung wird die volle Summe bezahlen. Du bist vollkommen entspannt. Dein Atem ist ruhig.